Willkommen zu einem weiteren Quarantäne Trash mit den Zwergenflust. Letzter Tag, letztes Quarantäne Trash. Folgendes, ich wollte heute dieses Spiel mit euch spielen, Witch Island Legacy. Das Problem, ich habe das jetzt zweimal versucht zu öffnen, als ich das geöffnet habe, hat sich mein PC aufgehängt. Gut, das Spiel, das Spiel startet erstmal nicht, man sieht nur Black Screen, ich kann die Aufnahme euch nicht zeigen, weil ich jetzt einmal, einmal musste ich einen Kaltstart machen, weil absolut gar nichts mehr ging und einmal musste ich, einmal musste ich hier mit, musste ich mich hier nochmal abmelden, neu starten und zwar, dass das Spiel crasht komplett, das ist also, ich würde es nur mal sagen, falls ihr vorhabt, dass euch jetzt auch mal dieses Spiel auch irgendwie auf Steam zu downloaden und zu starten. Und bei mir hat es erstmal, also erstmal den PC gecrasht, das hat es erst, daher musste ich erstmal, ich musste gerade wirklich einen Kaltstart durchführen, weil nichts mehr. Tastensperre, alles, alles schwarz, alles, das ist komplett, kompletter Shutdown. Ja, so, da spielen wir jetzt das hier, was wir auch noch kostenlos gefunden haben auf Steam. Pixel Strike 3D. Ja, so heißt das Spiel und Sound leiser stillen geht wahrscheinlich nicht. Kann man so einen Namen eingeben. Gut, und hier kann man Skins auswählen. Das sieht ziemlich nach Minecraft aus, das hat so ein bisschen den Minecraft-Stil, guter Minecraft-Stil. Mario. Das kleiner Mann. Was nehmen wir denn hier? Nazi-Uniform. Hierzu einige Skins, die man hier wählen kann. Panda. Ich nehm ne Panda. Ok, äh, Display Name, Changed. Äh, ja ok. Einstellungen, Notstärke Regelungen, hier ähm. Musikvolumen, hier mal. Ja. Haha. Ok. Ich habe die Musik leiser gestellt. ADS Mode, Splint Mode. Oh Gott. Juckt das Spiel nicht. Ah doch, jetzt. Da muss ich nicht leiser. So, ähm, dann stürzen wir uns einfach mal rein. Ähm, nachdem ich das letzte Mal, ähm, das letzte, beim letzten Game gestern, so das starke Bedürfnis hatte, mir mit einem Löffel, mit einem Melonen-Löffel die, die Augen auszuschaben, äh, nach dieser Wild-Panier. Ok, hoffe ich, dass das jetzt hier ein bisschen zumindest, äh, sieht zumindest halbwegs akzeptabel aus. Und das ist jetzt hier, ist vielleicht, ein bisschen weniger Trash als das letzte. Zum Schluss jetzt hier nochmal ein bisschen was. Free for all. Äh, ja, ok, ähm, Play No. Ok. Ah, ok, jetzt wird hier gleich geballert. Und dann das Ballerspiel. Wait. Oh, ja. Wir spawnen. Ah, ok. Ja, natürlich bin ich jetzt, bin ich jetzt hier im Online-Game oder was? Jetzt bin ich hier natürlich im Online-Game genannt. Haha. Ich spiele jetzt online. mit einigen Lücken. Ich spiele jetzt mit Pros hier im Online-Game. Auf der Wanderer zu stehen, ist jetzt hier vielleicht nicht gerade das Beste dafür. Ah. Verdammt. Hätte ich hier erschossen, bin ich in irgendeinem Team oder so? Haha. Ich bin jetzt jetzt natürlich nicht so, das ist natürlich kompletter Noob in Sachen Ballerspielen. Jetzt hier, natürlich komplett, benehm ich jetzt hier natürlich komplett daneben und komplett peinlich. Defeat. Ah, ok. Was sonst? Ach, hier mal EXP. Ein Kill. Oh, ja, schon. Ich hab schon mal den ersten Kill. Oh, ja, auch. Ah, äh. Äh. Okay. Ja, ok. Äh. 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 Ja, ok. Äh. 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 Ich schätze mal, wir sind gegen alle. Äh. 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 Ähm. wir nicht zu sterben der kleine panda unterwegs da wollen wir auch schon von hinten für mich auch ein solcher an die nicht ja sehr toll wie viele respawns haben wir denn hier überhaupt da werden wir schon angegriffen von hinten ja ich bin jetzt ich will die jetzt hier gerade reingehören kommentiert gerade schon erwerblich blutiger anfänger man kann immerhin immer wieder ich versuche mich hier noch zu teilen getötet habe ich ihn auf dem nächsten werde ich getötet da habe ich schon wieder einen kill ja mein zweiter kill aber ich bin auch schon so gut wie tot heilig mich wieder kann ich hoch das hat so ein bisschen minecraft look bisschen schon Tür geschossen jetzt kommen sie gleich von hinter mir gestorben killed bei Zwergen ja 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 online game ja schreit auch danach ja natürlich ist das online game ja hm ha keiner hier wissen noch einmal im letzten test fort ich habe mich auch völlig daneben genommen komplett nicht komplett ja ich und shooter games ist natürlich bin doch ein anfänger nice den habe ich gekillt wo sind die anderen hier eine granate nein was werde ich hier von hinten erschossen german soldier schon wieder ja ich bin natürlich hinter letzter das ist unsere mission hier mal der uns hier schon dreimal getötet hat oder viermal und das mal hinkriegen das ist unsere mission hier mal versteckt mich hinten war doch so german soldier na komm ich kriege ich nice erledigt haben wir ihn komm der den german soldier haben wir erledigt meine rache für mich selbst gut ähm heute mal ein baller spiel muss es auch mal geben quarantäne trash defeat reichheit baller spiele generell mehr für trash kann man jetzt diskutieren ob das trash ist oder nicht es ist kostenloses game ist unter den german soldier ja gut ähm aha ok verstehe ich und paintball arena spielen wir noch die dritte und letzte runde versuche mal wieder nicht zu sterben nicht in eine oder andere auszuschalten sofort getroffen hier ja ist klar aber aber den bus gerade unter schuss hinter mir habe ich nicht kommen sehen und gefährlich hier gefährlich hier gefährlich hier ja gut mist habe ich nicht mehr der von wurde von wem anders so dreck ich finde meine anfangswaffe hier muss mal eine bessere waffe finden damit ich jetzt hier nicht so voll ausgeschaltet werde damit ich jetzt hier nicht so voll ausgeschaltet werde das kriegen wir glaube ich nicht hin von hier aus 17 punkten ha haben wir den ausgeschaltet war es unser kind oder war das wieder wer anders wird schon wieder von ihnen getötet den müssen wir jetzt mal hier den datiak wenn er ausgesprochen wird den müssen wir mal killen verdammt wir müssen uns rächen na komm nice ich habe mich gleich alle über eine Haufen geballert na komm das kraus vorher geraten na komm den haben wir ich will raus und ballern play an 933 hab mich schon wieder kalt gemacht er ist gut und die sind da jetzt schon ausgemacht so war wie man sich so sieht dass man hier jetzt ja nicht weiß ich nicht ausgeschaltet gibt es eine box ich will ich mir doch war aber verdammt box holen ich kriege ich kriege ich kriege ich kriege ich kriege ich kriege ich hab gott selbst ermordet aber auf jeden tag schon wieder so mist versuch es noch mal von hier verdammt der schon wieder ich muss den finden ich muss den zack hier das erste hier ist der beste im game der schon wieder verdammt der dricksack herrscher definit gut 20 köln und der will drei mal zwischen fast sieben kills Na ja, tschüss doch, ja, das ist doch ja, ein guter Anfang, da geht's, zack, wer ist dieser? Ne, 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 so, na dann, Däumchen nach oben, sonst euch gefallen haben, lasst ein Abo da mal neuer Seite, ja, und habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt munter und, ja, Spiel sind tolle Spiele, lasst euch nicht klein kriegen. Ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit neuen Videos auf meinem Kanal, eigentlich heute schon, das ist ja jetzt 10 Uhr, sind es heute schon gleich um 14 Uhr wieder mit neuen Videos auf meinem Kanal, wenn ihr das nicht vergessen wollt, Docker aktivieren und so weiter, wir sehen uns, bis dahin, haut dann, ciao, ciao. Musik 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 Musik